Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einem neuen Teil von Underdread. Wir sind ja mittlerweile hier im Tunnel angelangt, wo ja auch... Ähm... Die laufen immer rechts, wo ja auch hier diese Bergleute langlaufen. So, die Brücke ist kaputt. Wir sollen jetzt was finden, womit wir die Brücke reparieren können. Kommt da eine? Ich muss mich mal kurz verstecken. Weil die laufen nur in Gängen. Die kommen weder irgendwo rein in die Räume... Da ist er. Seht ihr das? Oh oh, er findet mich. Alles klar. Da durfte ich schon mal nicht reinlaufen. Oder ich hätte mich anders besser verstecken müssen. So auf jeden Fall nicht. Wir starten das Ganze jetzt nochmal. Alles klar. Hier ist ja ein Dings, ne? Eigentlich müsste ich ihn jetzt gleich schon wiederhören. Da sind Bretter. Ein paar Bohlen. Da müssten, glaube ich, nochmal hin, ne? Das reicht nicht. Irgendwo mussten noch welche sein. Oh, ich höre ihn schon wieder. Jetzt schon wieder hinter mir. Ich kann nicht rennen. Irgendwas schnauft ziemlich stark hinter mir. Schnell! Schnell! Läuft der mir jetzt unter mir oder wo läuft der? Ich habe doch gerade ein paar Hölzer aufgenommen. Wie kriege ich die jetzt? Warte mal. Da. Ein paar gut erhaltene Holzbolzen. Da läuft etwas. Ich dachte, das reicht. Oh, oh. Hat er mich schon wieder erwischt? Alter! Alter! Restart. Also, wir einmal bolzen. Gehen wir mal gucken. Stehen hier noch mehr? Da stehen noch welche. Habe ich hier zwei? Ne, ich habe einmal. Achso, ich muss nach dem Sterben die anderen auch holen. Ah, okay. Die fehlen mir wahrscheinlich jetzt beide. Oh, da bewegt sich was. Schnell! So. Einmal. Und wie lege ich die zweiten an? Hallo. Ich habe da noch ein paar. Ich habe doch noch ein paar. Warum geht denn das nicht? Juhu! Jetzt. Oh, oh. Er kommt. Wir sollten... Oh, er ist hinter mir. Er ist hinter mir. Wie war das? Die laufen immer nur rechts. Ja, hier bin ich in der Sackgasse. Da kommt er. Nein, er hat mich gesehen. Also, das war jetzt der Sound einer Schlacht. Die hier unten oder irgendwas, was hier unten stattgefunden hat. So, wir sind auf jeden Fall rüber. Ja. So, jetzt muss es hier aber irgendwo... Ach, hier. Werd ich wohl... Erstmal... Hier reinrennen. Mal gucken, ob hier irgendwo ein Raum ist. Weil in die Räume kommen die ja wohl anscheinend nicht. Oh, hier ist schon wieder eine Sackgasse. Ich glaube es ja nicht. Ah, nee. Hier. Guck mal, Hebel. Eine Reihe von... Ja, das Gitter... Oh. Lauf weiter. Los, lauf weg. Er findet mich schon wieder. Alter, das gibt's doch nicht. Wie soll ich denn hier rein- und rauskommen? Ich weiß, dass hier Gänge sind. Muss ich erst warten, oder was? So. Oh, hier war gerade ein Anzeigen-Bug. Habt ihr gesehen? Hier ist ja auch eine Münze. Ich würde auch ganz gerne mal was einsammeln. Deswegen... Wo ist er denn jetzt? Rechts oder links? Da muss ich rein. Das heißt, ich muss... Das heißt, ich muss... Das heißt, ich muss... Das Ding drücken. Und dann schnell versch... Oh, ich kann nicht mehr rennen. Scheiß. Nee, das klappt so nicht. Wer kommt da? Hallo? Es tut mir leid. Ich werde wahrscheinlich erst warten müssen. Das ist nix. Wo läuft der denn lang? Kommt der von hier? Von wo kommt er denn? Das ist jetzt die Frage. Von wo er... Von da kommt er. So. Der läuft doch jetzt eigentlich da rechts lang, oder? Das heißt, ich muss jetzt warten, bis der wieder rauskommt. Oder theoretisch könnte ich jetzt auch hinten reinlaufen. Aber ich warte jetzt einfach mal, bis er da... ...wieder rauskommt. Genau. Er geht ja jetzt wieder da rein. Und wir rennen dann... Nein! Er geht immer rechts. Er geht immer rechts. Ja. Siehst du, wir haben es verschlafen. So. Also. Heißt das... Wir laufen jetzt erstmal hier hin. Holen uns die Münze, die jetzt nicht mehr da ist. Hier ist das Gitter. Das heißt, wir warten jetzt... ...bis er rüberläuft. Nach links. Dann laufen wir rechts in den Gang rein. Schnell. Oder warten. Ich glaube, ich warte lieber. Laufen wir dann links rein. Betätigen den Knopf. Warte, bis er wieder rauskommt. Weil, das war ja in dem Brief, ne? Die laufen immer rechts rum. Ach, denn ja. Kurzzeitgedächtnis ist manchmal nicht das Beste. Aber faszinierend, was da alles mitwandert, ne? So, langsam. Komm. So, er läuft jetzt wieder rechts. Und in dem Moment... So, jetzt glaube ich... Hier schnell rein. Mach den Knopf hoch. Schnell. Oh, komm. Oh, ich kann nicht mehr sprinten. Das ist ganz, ganz schlecht. So, jetzt kommt er wieder. Und läuft rechts. Na, komm. Lauf weiter. Oh, ich hänge fest. Nein. Das ist nicht gut. Was? Ich dachte, ich habe gerade das Gitter hochgemacht. Ah, Ruhe da. Ist hier noch irgendwas? Scheiße. Ich weiß gar nicht. Welcher kommt er denn jetzt? Von rechts? Ja, er kommt von rechts. Dann wollen wir mal rechts reinrennen, wa? Gucken, vielleicht ist rechts auch noch ein Raum. Lauf weiter. Oder ist hier was hochgegangen? War hier was? Da ist auch eine Tür. Ich höre Türen. Oh, ich hoffe, der geht gleich in den anderen Gang rein. Ich bin viel zu langsam. Wo ist er denn jetzt? Hallo? Er kommt von rechts. Da muss ich rein. Lass mich rein. Oh, Speicher komplett. Super. So, dann gehen wir mal gucken. Was haben wir hier an das Schönes? Liegt hier irgendwo was? Ich glaube, dann lesen wir gleich erstmal in Ruhe die Briefe. Mütze. Na? Und noch ein Brief. Eine Zeitschriftenseite. Okay. Müssen wir gleich mal umgucken. Da haben wir ein schwarzes Buch. Und das. Das sieht wieder nach Urnen aus. So, wir stellen uns jetzt mal in die Ecke. In die Räume kommen die nicht. So. Schauen wir mal. Was haben wir denn? 14, 17. Ich glaube, bei 21 waren wir. Gitterstehnen. Ah, genau. 21. Denke ich. Aber nun muss ich einen einge... Genau. So, dann machen wir hier einmal 22. Der Weg ist schon wieder versperrt. Dieses Mal mit Gitterstehnen. Glücklicherweise gibt es dieses Mal einen Weg drumherum. Wie es scheint. Ich werde ihn nehmen. Okay. Also noch einmal. Wir beide... Wir beide. Erst das scheint durchgekommen zu sein, aber du musst noch versteckte Schalter finden und vor ein paar Monster davonlaufen. Ein Stück meiner eigenen Magie habe ich für dich hier gelassen. Schnapp dir dieses Buch und geh zurück. Stelle ein paar deiner Diener bereit. Du hast sie weit hinter dir gelassen. Also geh dorthin, wo du begonnen hast. Und leg meinen Wälzer auf den Altar. Auf den Altar. So, die Story wird auch immer besser. Immer voller. Okay. Wenn viel kommt, kann er nicht mehr kommen. Leg meinen Wälzer... Hier. Ein schwarzes Zauberbuch bei einem der Zaubersprüche sind Notizen in einer einfachen Sprache. Muss. 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 Alles klar. Das heißt... Das heißt, ich muss jetzt wieder ganz zurück. Verwende das Buch auf dem Altar. Alles klar. Ich habe jetzt einfach mal den Weg hier markiert. Wir müssen, glaube ich, jetzt warten. Naja, das glitzert jetzt noch ein bisschen. Bis wir den Fall gefunden haben. Oh, er kommt, glaube ich, zurück. Wir sollten... Eventuell... Weil hier kommen die nicht rein. Also, hier kommt er nicht rein. Der kommt, glaube ich, nur bis hier vorne, ne? Dann warten wir mal ganz kurz, bis er... ...wieder weggelaufen ist. Ja, ich weiß. Aber ich muss ja mal eben warten... ...bis der hier... Wo ist er denn jetzt? Na, ich glaube, jetzt kommt er. Oder? Hört sich an, als wäre er genau links. Kommst du gar nicht mehr hier rein? Doch. Schnauze voll. Ich habe jetzt meinen Schutzschild benutzt. Dass ich einmal hier lebend rauskomme. So. Ich weiß gar nicht, wo sollen wir jetzt... Jetzt sind doch beide Brette da, ne? Vorhin war ja der Anzeigen... Bug. Ja, ja. Ich muss meine Ausdauer regeln. Ah, genau. Hier ist ja die Wand. Das ist noch eine Münze. Und so zwei, drei Sachen sollten wir vielleicht noch unterwegs... Ich höre wieder eine Tür. Genau. Wir müssen hier... Wie können wir nicht so rennen? Hier müssen wir wieder genau den Weg langlaufen. Das haben wir schmerzlichst lernen müssen. So. Ich glaube, hier mussten wir lang, ne? Die Katakombe. Immer mal so ein Auge auf den Boden. Ob hier noch irgendwo was liegt. Ausdauer regeln. Aber wie komme ich hier wieder raus? Das wird geflüstert. Ich hoffe, ihr könnt mir auch sagen, wie ich hier rauskomme. Oh doch, schnell, schnell, schnell. Er läuft ja rechts, ne? Das war ja so. Die laufen immer rechts. Hau ab! Hau ab! Der Altar ist ja... Ich weiß gar nicht, wo musste ich hier lang? Da nicht. Als nächstes kommt er hier rein. Als nächstes kommt er hier rein. Wir sollten uns... Ein klein wenig... Ich verwende das Buch am Altar. Wie komme ich denn jetzt hier raus? Falsch! Scheiße, ich bin falsch gelaufen. Kommt er hier rein? Verdammt, ich bin falsch. Ich bin hier sowas von falsch. Genau, ich muss hier rein. Ah, da! Da! Lass mich da durch! Hier sind noch mehr Bücher. Hier lang. Oh! Da ist der Altar. Das ist... Ah, okay. So, und? Oh! Muss ich nochmal drauf drücken? Ach ne, ich muss mich von der anderen Seite hinstellen. Okay. Und jetzt? Verwende das Buch auf dem Altar. Ja, ich... Du hörst einige Felsen in der Ferne grollen. Eine Höhle ist zerstört worden. Okay. Ich habe natürlich jetzt keinen Tipp mehr. Ich weiß jetzt nicht, wo ich hin muss. Eine Höhle in der Nähe. Alles klar. Eine Höhle in der Nähe. Ich gucke nochmal. Vielleicht liegt hier noch irgendwo was rum. Für einen Tipp wäre ich dankbar, Jungs. Da ist eine Münze. Gucken wir nochmal hier rein. Ob hier irgendwo was liegt? Nö. Eine Höhle in der Nähe. Ja, Tipp haben wir nicht mehr. Muss ich jetzt wieder warten, bis er kommt, ja? Eine Höhle in der Nähe. Hm. Mal ganz kurz gucken. Da, 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 da. Ne, das haben wir alles. Das mit dem Altar habe ich auch. Man weiß halt nicht. Eine Höhle in der Nähe. Wo die Höhle ist. Kommt er jetzt? Kommt er jetzt? Da bin ich ja, glaube ich, hergekommen, ne? Eine Höhle in der Nähe. Da nicht? Ich gehe nochmal kurz in den Raum rein. Einfach nur zum Schulz. Ne? Sicher ist sicher. Kommt er? Ich bin mir da manchmal nicht so sicher. Mal ganz kurz gucken. War das ein neuer Tipp? Mal gucken. Jetzt haben wir ein neues aufgenommen. Ist es hiervon? Hm. Äh. Da, da. Nö. Das war Tagebuch des Wissenschafts. Da fehlen noch. Eins, zwei. Drei, vier. Sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Wenn ich es richtig gezählt habe. Ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Eine Höhle in der Nähe. Eine Höhle in der Nähe. Gehen wir mal hier gucken. Ob das hier war. Das hier sieht aus wie neu. Okay, das ist neu. Was bist du? Hallo? Was war das? Das war definitiv neu. Jetzt höre ich rechts wieder ein. Okay, das ist eine neue Zeitschriftenseite. Ich habe das Gefühl, irgendwas folgt mir. Hallo? Da kommt da gleich irgendwas. Wenn das so ruhig ist, dann kommt irgendwas. Irgendwas knallt hier gleich wieder runter. Oder... Oh, guck mal. Das sind schon wieder Gewölbe. Oh mein Gott. Ich bin mir manchmal nicht sicher, ob ich hier schon war oder nicht. Aber da hat dieser Punkt da in der Mitte war. Glaube... Nein. Nein. Kommst du hier lang? Ja. Wer kommt hier lang? Nein. Nein. Ich glaube, er kommt wirklich hier lang. Er läuft immer rechts. Ich weiß nur nicht, wie weit er den Weg lang kommt. Wir laufen mal langsam. Und ob er den überhaupt komplett lang kommt. Das muss ja gar nicht sein. Jetzt... Jetzt läuft er wieder links. Das heißt, der läuft eben gar nicht lang. Der läuft nur einen Teil davon. Ich glaube, er läuft nur bis hier, ne? Und ich glaube, jetzt kommt er. Guck mal, hier ist ja nix. Ne. Ich würde dann glatt mal sagen. Na, wir gucken mal kurz auf den Zettel, den wir haben. Steht da noch irgendwas? Ne, das ist hier wieder... Tagebuch. Hm? Hm? Lornote. Habe seit einigen Tagen keine Notizen mehr gemacht. Die Rituale, die ich durchgeführt habe, wurden immer komplexer und mächtiger. Die Burg ist voll von seltsamen Erscheinungen, Geistern und Fallen. Ich habe sogar geschafft, das zu beschwören, worüber ich vor kurzem noch gelacht habe. Die schreienden Toten. Nun sucht diese Kreaturen nach dem Leben und wandert rund um die Burg herum. Okay. Kommt der jetzt? Hallo. Wo ist er denn jetzt? Na? Zeitschriftenseite? Jawohl. Muss halt immer gucken, ne? Den Sprint sollte ich mir vielleicht aufheben. Die Leiter, oben. Endlich. Ja, mal gucken, ob er da hochgekommen war. Es klappt! Aus Notizen des namenlosen Detektivs, ich habe endlich dieses versteckte Labor des Verrückten erreicht. Es gibt Bücher, Handschriften, Kerzen, Tinte und überall Blut. Leichen wurden auf den Tisch gelegt. Scheint, er nahm seine Experimente sehr ernst und hat sein Lager nur für diese Zwecke ausgestattet. Alles klar, wo sind wir denn jetzt hier? Ach, guck mal, wir sind wieder oben. Oh, geht der Spaß wieder von vorne los? Gucken wir doch mal. Was haben wir denn? Quick! Quick! Haben wir das nicht vermisst? Quick! Quick! Das Auge kommt uns bestimmt auch gleich wieder besuchen. Da ist eine Tür. Da liegt auch einer. Na, komm! Erschreck mich! Na, doch nicht. Ich warte förmlich darauf, dass mich irgendwen anspringt hier. Den Tisch schauen wir uns zum Schluss an. Da... Oh. Hallo? Da liegt auch nichts. Da auch nicht. Komm, ich muss hier einmal ganz rumlaufen. Das war es mir so klar. Junge, du siehst auch nicht gesund aus. Na komm, lass mal irgendwas fallen. Ich brauche drei Tasten, um es zu öffnen. Und ich habe keine... Was? Keine Zeit, um nach ihnen zu suchen. Okay. Also, wir haben auch keine Zeit. Da ist noch eine Kiste. Auch wenn wir keine Zeit haben. Ich nehme mir... Was ist das denn? Da geht noch eine... Da geht noch eine Leiter noch höher. Hier geht nur... Oh, Entschuldigung. Die Leiter geht nur ins Nirgendwo. Guck mal, hier ist ein Bett. Hat er hier auch geschlafen, ja? Das ist eine Rolle. Kann ich die nicht nehmen? Nö. Dann schauen wir uns mal den Schreibtisch des Herrn an. Einen Zettel genommen. Mal gucken. Das war... Detektivzettel 23. Verflucht. Ich bin zu spät. Ein Kind wurde hier vor kurzem festgehalten. Es gibt keine Anzeichen eines Kampfes. Es ist möglicherweise immer noch am Leben. Ich muss gehen. Dieser Schlüssel, so scheint es, sollte einen Geheimgang in der Nähe des Kellerlabors öffnen. Direkt hinter der Brücke mit den Statuen. Es muss eine Statue zu diesem Schlüssel geben. Ich muss mich beeilen. Verlasse das Schloss und verfolge ihn. Ich muss mich zwar beeilen. Da ist ein Schlüssel. Aber hier ist noch eine Rolle. Was? Hier wurde Lisa zu einem anderen Platz gebracht. Ich muss gehen. Warte. Zack, zack. Zack. Madman. Dummer, dummer Schwachkopf. Nahm deine Freundin weg. Nahm sie weit, weit weg. Geh jetzt los und finde sie. Der andere Schwachkopf, der Detektiv, kann dir vielleicht etwas sagen, ja? Seine Notizen liegen auf dem Tisch. Seine letzten. Okay. Kann ich. Eigentlich sollte ich, glaube ich, diese Notizen anklicken können, ne? Na, scheint nicht zu gehen. Gehen wir nochmal kurz weg. Und dann gehen wir wieder hin. Ne. Den Brief können wir nicht aufnehmen. So, wir haben einen Schlüssel. Komme ich hier raus? Die Burg bröckelt und du hast das Gefühl, jemand beobachtet dich. Das, das habe ich immer. Ich will raus hier. Boah, ist das übel. Also, das ist ja jetzt krass, ne? Wenn jetzt noch was kommt, der... Boah! Und es wird dunkel. Es wird dunkel. Mein Weg ist jetzt klar. Ich werde diesen Verrückten, der Lisa gestohlen hat, verfolgen. Der Weg in die Zukunft wird hart und gefährlich sein. Aber ich habe keine Wahl. Ich werde sie finden, egal, was es kostet. Alles klar. Das, meine Lieben, war Underdread. Und so wie es aussieht, gibt es davon eine Fortsetzung. Ich bin echt gespannt, weil die Geschichte ja weitergeht. Sag mir mal, was haltet ihr von dem Spiel? Es ist halt ein Indie-Game. Und ja. An sich ist die Story... Also, an sich finde ich die Story sehr cool. An der einen oder anderen Stelle hapert es noch. Die deutsche Übersetzung ist ein bisschen schwierig. Man sieht es teilweise. Die Fehler. Das ist etwas, was man noch ausbessern könnte. Und ja. Aber die Effekte sind echt heftig. Also, wenn man das auf den Kopfhörern hat und da knallt irgendwas, auch wenn es nur so simpel ist, man erschreckt sich derbe. So. Ich danke euch fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Projekt. Bis dahin. Bye.